Quit playing games with my Wir haben ein paar Kinder mit Wachsmalstiften Musiktitel von anderen Bands malen lassen. Ich würde sie euch also hinhalten und ihr dürft mal raten, welcher Titel das sein soll. Super dünne Frau. Also ich steppe auf die Richtung. Das hier ist eine Nase und auch der Sonne gefällt der Geruch nicht. Nee. Das sind Teenager. Die Nase symbolisiert einfach alle Nasen. Geht es jetzt hier um Nirvana oder was? Smell. Ah! Smell is like the spirit. Boah, ihr beiden. Ey, ihr beiden! Zweite Grund. Fast richtig? Ich glaube schon. Gucken wir doch mal. Smell like Wiese. Ich gebe den Tipp, dass die Sonnenstrahlen nicht unbedingt aus den Augen kommen müssen. Vielleicht gehen sie hinein. Man munkelt. In die Augen rein. Er leidet sehr unter den Strahlen. Blinded by the light! Ah! Alter! Blinded by the light! Das Tweets! Natürlich! Blinded by the light! Das ist nice! Lights are blind in my eyes. I'm doing nothing. Ich fühl mich wie ein Nummerngall beim Boxen. Ice Ice Baby! Da war jetzt aber... Der war geil! Der war so richtig geil! Das war so richtig so. Das Team. Das Team. Ice Ice Baby! Wow! Das kommt aus. Das sieht aus. Das ist aber echt gut. Das finde ich echt schön. Danke mal im Namen der Kinder. Hast du das gemacht? Was? Los geht's! Also Cartney Love oder was? Blue Eyes. Amos. Nein... Sagen wir mal so. Sie hat schon mal eine kassiert. Von der Rihanna. Chris Brown. Chris Brown. Das ist doch nicht Chris Paul. Baby, hit me one more time! Hit me, Baby, one more time! Also der eindeutige Sieger in diesem Spiel war Simon. Yes! Vielen Dank. Wow, das hast du so toll gemacht. Und ein heimlicher Applaus für Oliver Kuletsk. Das war's für heute. Das war's für heute.